Die zu veräußernde gut gepflegte Einzimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Berlin-Steglitz. Das im Jahr 1971 erbaute Haus verfügt über drei Etagen. Die Wohnung befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon sowie einen Keller. Bei einer Wohnfläche von ca. 35 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 75.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.